Was haben Autos, Smartphones, Häuser oder Laptops gemeinsam? In diesen und vielen anderen Dingen, die uns täglich umgeben, stecken metallische Rohstoffe wie Eisen, Kupfer, Gold oder Lithium. Doch warum fordern Umwelt- und entwicklungspolitische Organisationen wie in Cota eine Rohstoffwende und was ist damit eigentlich gemeint? Deutschland liegt auf Platz 5 der größten Verbraucher weltweit. Praktisch alle metallischen Rohstoffe werden aus dem Ausland importiert. Doch leider läuft bei ihrem Abbau so einiges schief. Zum einen zerstört der Bergbau in den Abbauländern die Umwelt. Wälder werden abgeholzt und giftige Chemikalien freigesetzt. Nebenbei heizt der Abbau und die Weiterverarbeitung von Metallen die Klimakrise kräftig an. Sie sind für rund 11% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Zum anderen hat der Bergbau oft negative Folgen für die Menschen vor Ort. Der Kupferbergbau in Peru zum Beispiel verbraucht und verunreinigt so viel Wasser, dass Bauern und Bäuerinnen kaum noch etwas für Tiere und Felder bleibt. Doch wer sich gegen den Bergbau einsetzt, lebt gefährlich und muss damit rechnen, verhaftet oder sogar ermordet zu werden. In vielen Minen auf der Welt herrschen zudem menschenunwürdige Arbeitsbedingungen. Fehlende Schutzkleidung und Sicherheitsmaßnahmen machen die Arbeit lebensgefährlich. Trotzdem soll der weltweite Bedarf an Metallen in den nächsten Jahren sogar noch steigen. Gründe sind die voranschreitende Digitalisierung sowie der Umstieg auf erneuerbare Energien und Elektromobilität. Bei Lithium würde das bedeuten, dass wir im Jahr 2040 alleine für Zukunftstechnologien mindestens die vierfache Menge der globalen Produktion aus dem Jahr 2018 brauchen. Doch wenn alles so weitergeht wie bisher, heißt das auch, mehr Menschenrechtsverletzungen, Verschärfung der Klimakrise und weitere Umweltzerstörungen. Deshalb brauchen wir einen grundlegend anderen Umgang mit Rohstoffen. Und hier kommt die Rohstoffwende ins Spiel. Zu ihr gehört erstens, dass wir so viele Erze wie möglich im Boden lassen. Weniger neue Minen bedeutet auch weniger Risiken für Menschen und Umwelt. Doch heißt das, dass wir verzichten müssen? Das kommt auf die Perspektive an. In vielen Fällen ist ein ressourcenleichtes Leben günstiger, gesünder und angenehmer. Wer zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs ist und kein Auto besitzt, spart neben Treibhausgasen auch massiv Rohstoffe ein und tut etwas für die Gesundheit. Das klappt aber nur, wenn die Politik die richtigen Rahmenbedingungen dafür schafft und die Rohstoffwende sozial ausgewogen gestaltet. Statt vorrangig die Produktion von Autos zu fördern und Geld in neue Autobahnen zu pumpen, sollte sie zum Beispiel endlich massiv die Fahrradinfrastruktur und den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Aber was ist mit Dingen, die es schon gibt und die wir trotzdem brauchen? Hier kommt es auf die nachhaltige Nutzung an. Wenn wir Gegenstände wie elektronische Geräte gebraucht kaufen, mit einer dateilen und möglichst lange nutzen, spart das Rohstoffe ein. Hierfür braucht es strenge Vorgaben der Politik, damit Produkte langlebiger gebaut, einfacher repariert, wiederverwendet, ordnungsgemäß gesammelt und am Ende ihrer Lebenszeit gut recycelt werden können. Idealerweise können Metalle in einem Kreislauf zirkulieren, anstatt verschwendet zu werden. Und was ist mit Metallen, die weiterhin in Minen abgebaut werden? Für eine echte Rohstoffwende brauchen wir endlich faire Lieferketten. Das in Deutschland im Jahr 2021 beschlossene Lieferkettengesetz war ein wichtiger erster Schritt in diese Richtung. Gerade für den Rohstoffsektor ist es aber zu schwach, um Menschenrechte und die Umwelt effektiv zu schützen. Daher sollte es dringend nachgebessert werden. Es lohnt sich also, für ein ambitioniertes Gesetz auf EU-Ebene zu kämpfen, damit Unternehmen ihrer Verantwortung von der Mine bis zum Produkt gerecht werden müssen und Betroffene gegen Menschenrechtsverletzungen klagen können. Wenn wir es schaffen, in Deutschland mit der Rohstoffwende umzusteuern, ist es also nicht nur gut fürs Klima und die Umwelt. Es ist global gesehen auch einfach gerecht, denn bislang zahlen Menschen in den Regionen, wo die Rohstoffe abgebaut werden, den Preis für unsere Art zu wirtschaften in Deutschland und Europa. Du willst aktiv werden? Hier kannst du für ein wirksames Lieferkettengesetz auf EU-Ebene unterschreiben. Und hier gibt es weitere Infos zur Rohstoffwende und der Arbeit von Inquota.